Willkommen zurück zu meinem Super Bowl 2021. AFC ist fertig, wir gehen rüber zur NFC. Wir treffen die New Orleans Saints gegen die Redskins an. Oh, der kam, was? Er stolpert. Mein Gott, das war viel zu kompliziert. Wir sprechen viel über pre-game speeches. Was sind halftime speeches wie? Für die meisten, und nichts, aber Dayline ahead. Er ist in der 30. 10. Touchdown. New Orleans. Er ist ein Cookie-Cutter. Everyone ist sagen die gleiche Sache in jeder Situation. Aber ich weiß, dass alle 32 Teams haben eine Emphasis auf starten fast. Game, die in der zweiten Hälfte. Was für die Tiefe gefürzt wird. Was ist lastig ist? Was ist das dicht? And auf den Wählen? Wo ist weiter? Ah, das ist gut.